jo hallo hier ist euer Ticker Bell nochmal bei Resident Evil Teil 2 und weiter geht es in der Arena und wir versuchen jetzt den Infiltrator zu bekommen. Ja, den morden wir schon, ich weiß leider nicht mal wo. Ja, ich glaube bei dem einen Level, wo Kling zu Hause ist, wo der Kram ist, habe ich dann auch gebraucht. Aber ich glaube, da müssen wir noch mal alles abklappern, ich weiß ja nicht mehr. Okay, ich wähle jetzt mal wählen. Ja, genau. Eigentlich hofft habe ich ja schon. Okadoki, yo, dann wollen wir mal loslegen. Ja, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, das wäre jetzt mal richtig zu zielen, das wäre mal ganz klasse. Irgendwie merke ich gerade, dass die Wache hier in diesem kreisfälligen Palaber hier mit der Scheiße ist. Ratchet schlägt sich locker. Ratchet schlägt sich locker. Ratchet schlägt sich locker. Oh, ja. Oh, ja. Runde 6 und ich habe mein Leben verloren, ey, ich schnack auseinander, ey. Ja, wir können noch nicht genug Waffen kaufen, das ist elendig. Was ist das denn für ein Toastball? Plasmaspule, ja. Käfig Kampf! Oh, wir griechen nicht, landet hier. Er macht sie fertig! Er macht sie fertig! Er macht sie fertig! Ja, ist da noch irgendwo irgendjemand? Ganz am Rand hier oben, was soll denn das? Okay, das ist der, ja, da hat man schon irgendwas gebraucht, ja, ich hab den Infiltrator verdient, äh, was gibt es da, 7500, na gut, wir suchen das, ich will da ein bisschen, Bolzverdien, muss man sich erstmal wieder ein bisschen volltanken hier, so, mehr habe ich jetzt mal nicht verbraucht, äh, okay, bis dann hab ich zwar nicht gesagt, aber gut, anstehen schon, ähm, so, da liegen sie ja nochmal Bolz rum, ich glaube, ich schnack hier echt noch nicht mehr, so, jetzt kommt der verrannte Terror, schockiert und unfassbar, Applaus für den Arachnoid! Oh, das tut weh! ist ja hin! Wo ist denn da hin? Das waren deine Scheißdinger hier bei dir! so wie es sein muss ja danke was haben wir hier schadensvermeidung lasst dich nicht treffen das werde ich wahrscheinlich vergessen können lasst dich nicht treffen ja das hatten wir schon mal das war glaube ich ein quicken time das hat man wohl geschafft so als bin ich wieder mein scheiß falschen tasten die drückerei hier lasst dich nicht treffen ja du wurdest getroffen schön ist doch schon vorbei dann geht in die runde weiter hier das ist so beknackt du wurdest getroffen ja schön ich weiß wurde getroffen schön ja prima ja komm die runde ist doch vorbei man wenn wir das denn schaffen gedämmt ja die steigen wie ist gar nicht hier drin wahrscheinlich eher machtlos würde ich sagen ja ist er schön mann ey ja ich probiere mal was anderes noch lassen die treffen ja würde ich ja gerne aber irgendwie haut das anscheinend nicht so hin wie ich das gerne möchte so äh so gefahren käfig mal schieh nach unten ja was soll denn das jetzt hier das ist aber es ist eigentlich eine einfache ja 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 na ja 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 na ja Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Ich hab's aber geschafft. Sehr schön. Okay. Eingeschränkte Waffen. Setze nur den Schraumschlüssel ein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, die dürfen feuern. Ja, ich darf nur den Schraumschlüssel benutzen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Warten. Ja, ich hab's geschafft. Cool. So. Das hab ich gewonnen. Zeit begrenzte Waffenausforderung Erledige alle Feinde mit dem Lancer in 60 Sekunden Mit dem Lancer Der ist so schwachbrüstig 60 Sekunden Das ist so nahezu Kaum machbar Ich bin wieder raus, verdammt So, rennen hier 10.000 60 Feinde, wie soll ich das denn machen mit dem Lancer? 60 Mann, schlag doch mal zu Ich kann denn mit dem Lancer die Munition schneller an, als ich gucken kann Mann, geh raus Mann, geh raus Jetzt, ja 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 Keine Munition Jene, die sind so stark mit dem Lancer Nein Ich hab keine Munition mehr Ja, jetzt hab ich den Traumschlüssel, ja Ja, hab ich nicht geschafft Äh, wie ist da, was da steht Die Herausforderung hat man nun mehr Die unmögliche Na gut Ich geh mal einkaufen für die unmögliche Herausforderung Unmöglich ist das mit dem Lancer das alles zu schaffen, ja Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll In 60 Sekunden 60 geht man nur mit dem Lancer Der Lancer ist doch viel zu schwach Äh, sonst ist nur alles in Ordnung bei euch Der Lancer macht sie fertig Das ist ja wie für ein Kindes hier Ich seh die nicht mehr da, wie viel Rund ist die jetzt hier Zumal Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich glaube, wir sind in der Tür in der Tür. Scheiße. Scheiße. Ich habe einen Infinity-Mail-Türmer geführt. Jetzt kann ich mir ein bisschen zusammenschnitten sein, ich glaube es immer viel, viel weiter geht. Ich habe keine Waffen mehr. Oh, ja, ja, ja. Wow. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, aber ich bin da schon über und ich habe keine Ahnung, wie lange das eigentlich gehen soll. Ich glaube nicht, dass ich so die 20.000 schaffe. Ja, das ist ein Sniper. Okay, 20.000 schaffe ich damit nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden das sind. Ja, ich habe zu wenig Waffen. Äh, das schaffe ich hier nicht. 60 Sekunden, also, weil die harten Brocken, die halten ja so viel aus. Man kann ja nur den Lancer benutzen. Das habe ich geschafft. Also nicht getroffen zu werden, das habe ich nicht geschafft. Und, ähm, gut. Dann muss man nochmal wiederkommen, wenn wir ein bisschen mehr Waffen haben. So, und jetzt muss ich den, das Teil hier einsetzen. Was war das nochmal? Ah, das war das. Schaltkreis. Öffne das Schloss, in dem du den grünen Schaltkreis wieder mit seinem Anfang verbindest. So etwa? Ja. Okay. Na gut, das war ja auch noch einfach. Äh, aber das geht noch viel, viel interessanter. So, und wie sieht es denn eigentlich aus auf der Karte hier? Haben wir soweit alles, äh, ah ja. Das kleine Stückchen haben wir auch. Da war wohl der Platinbull drauf. Nehm ich mal stark an. Ja, dann sind wir auf dem Planeten fertig. Ähm, war etwas chaotisch. Ähm, so. Oh, ein bisschen was erreicht haben wir ja. Ein paar Kämpfe haben wir geschafft. Die 30.000 hätte ich zwar gerne gewonnen. Die letzten beiden Kämpfe, ja. Hatten nicht sein sollen. Äh. Hier gab es zwei Platinbulls, ne. Die hätte auch alle beide bekommen, ne. Jo, ist doch sehr schön. Das mit den Vögeln hat nicht funktioniert, also. Muss ich mal schauen. So. Da bin ich wieder. So. Ähm. Ähm. Wobei sonst ist es hier weiter, keine Ahnung. Ja, ist ja so gut wie oben. Ähm. Ähm. So. Können wir zum nächsten Planeten denn, äh. Mal gucken. Wie viel haben wir jetzt? 83.000. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. haben sie doch echt so und jetzt müssen wir mal zurück zum schiffchen marschieren so dass ich was einer wo denn ja manche haben sie gut getarnt die haben die jetzt als lampe getarnt da gab es ja noch eine arena irgendwo in einem planeten wo er war ich gehe mal kurz gucken ja haben wir sehr schön so megacorp wappenanlage to dano ja sehr schön da gibt es drei stück ja sehr schön ich schlieg mal so und dann kann ich beenden hat den jetzt aber reicht und beim nächsten mal wieder soll ich dann ja bis in arena war eine schlechte war ja mit dem lancer wieso ich frage mich immer noch niemals machen soll es irgendwie entzieht sich das meine erkenntnis also guck mal kurz hier wieder neue waffen gibt dann raus schmeiße den ich so gerne hätte plasma spule gibt es noch ja weiß ich so aber bomben pistole die ist glaube ich neu ja gut ich weiß und leider nicht mehr welche möglich gut sind also raus schmeißer kann man auf jeden Fall nicht drauf verzichten das weiß ich so munition mache ich mal voll damit freue ich an den hier gleich anfangen kann ich speichere hier noch mal und dann passt das ja so passt alles für wort so ok ja wir haben noch ein volt hier rüber so ok denn ich spreche ich mal und dann machen wir hier mal endlich dann sehen was man jetzt mal wieder wenn frauchen denn hier weiter macht so gespeichert ist sehr schön und dann können wir gleich ich will beenden und sagen ja alles klar denn sage ich hiermit erst mal bis später bei bei sagt heute gebellen